Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück und ihr kriegt das nächste geile Gameplay. Dieses Mal ist auch wieder der einzige Tod, Leute. Ihr merkt die ganzen Gameplays mit Müll über einem Thron. Es hat hier so ein bisschen Tradition. Es ist eine 47er Gunstreak auf Morocco. So, eine richtig coole Map. Ich feiere die total. Ich mag die Maps bei Black Ops 4. Die, die sie remastered haben, sind cool. Die neuen Maps, die mit reingekommen sind, sind cool. Es macht wirklich Spaß, hier drauf zu spielen. Die Waffe, Klassensetup kennt ihr, ist die ABR dieses Mal. Erst wollte ich mit der Maddox spielen und dachte, ach, nimmst du die ABR, geht immer durch. Ist eigentlich so meine sneaky, geheimen Lieblingswaffe mit der Maddox zusammen. Aktuell spiele ich mit der Rampa ein paar Sachen. Großkaliber 2 ist da sowas von OP, aber das habt ihr alles schon, beziehungsweise seht ihr alles noch. Ich spiele hier in einer Party zusammen mit dem guten Rufi und dem guten Pascal von Vestige Gaming. Die rocken das Spiel genauso wie ich. Die haben genauso Bock drauf. Es gibt richtig heftige Momente in dem Gameplay, sollt ihr euch unbedingt bis zum Ende angucken. Ich war ein, zweimal ganz kurz davor zu sterben. Ich bin einmal plötzlich in den Gegnern drin, in einem Fünf-Mann-Team. Ich spiele hier, das war mal so ein bisschen zum Treuen eigentlich gedacht. Drohne, Konterdrohne und Vorräte einfach nur. Und ihr seht an dem Gameplay, Leute, man braucht wirklich nicht viel machen. Ihr nehmt euch einfach eure Sachen. Das hier ist jetzt der Thrasher oder Tresher, wie man ihn nennen soll. Dieser komische, ja, A10 Thunderbolt, der da schießt. Hier, 38 Leben, sind überall noch Gegner, es flasht noch einer. Also es ist die ganze Zeit Action dabei, Leute. Ist ein cooles Gameplay. Ich glaube, auch bei dem Gameplay könnt ihr wieder ein bisschen was für euch mitnehmen, was für euch vielleicht wichtig ist. Ich habe hier jetzt kurz auf die ICR gewechselt. Das ist für die Close Range besser als die ABR. Und da ich die Beef-Plage verteidigen wollte, dachte ich mir, wäre jetzt gut, hier einmal zu tauschen. Battery als Spezialist dabei. Ihr wisst ja, Battery spiele ich genauso wie Crash einfach sehr, sehr gerne. Die Spawns hier sind auch relativ bedeckte BILD. Von rechts können welche kommen, wo wir gerade hinkommen. Von links oben können welche kommen, wenn das der Gegner für Spawn ist. Und aus der Seite, da müsst ihr mal aufpassen, weil die sind oftmals rechts auf diesem Balkon, so wie er da. Aber dann hilft, dass er mich nicht mit dem Headshot wegknallt. Wir haben schon wieder Drohne, Konterdrohne, Vorräte. Könnt ihr mit Technikern spielen, habt ihr öfter Vorräte, als euch lieb ist. Dazu spielt ihr noch Anzahlungen, dann braucht ihr irgendwie viel Kills und habt eure Vorräte. Das heißt, wenn ihr jetzt, übertrieben gesagt, der schlechteste Spieler der Welt seid, spielt Drohne, Konterdrohne, Vorräte und auch so erhaltet ihr die Möglichkeit, Streets zu erhalten. Das wird jetzt mit Sicherheit einigen nicht gefallen, aber ganz ehrlich, dieses Spiel sollte für jeden sein. Für Sweater wie mich, für wirklich Pros wie Scumpy, der richtig Spaß dran hat. Für Casual-Players, die ein- oder zweimal die Woche mal eine Stunde spielen, wenn sie nach Hause kommen, weil sie gerade Lust haben, einfach nur ein bisschen zu zocken. Und würde ich es unfair finden, wenn diese Menschen keine Chance hätten, nicht trotzdem den Spaß zu haben, den Killstreaks nur mal machen, weil bei WW2 die Killstreaks waren absolut scheiße. Das gesamte Game ist kacke. Ich hasse WW2. Weiß nicht, was sich die Entwickler von Sledgehammer dabei gedacht haben. Aber sowas wie Killstreaks machen, einen großen Teil des Spaßes aus, den so ein Spiel bietet. Und so wie hier, Treyarch macht es wirklich genial, jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier irgendwas rausbringe. Die Killstreaks bocken, die Waffen bocken, die Maps sind geil. Es sind so viele Sachen, die man absolut positiv sehen muss. Es gibt noch hier und da so ein, zwei Sachen, die ich gerne geändert hätte, unter anderem, dass die MPs stärker gemacht werden. Und ich würde gerne ein bisschen mehr MP spielen. Ich tue es aktuell nicht wirklich, aus dem einfachen Grund, weil sie gegen Sturmgewehre keine Chance haben. Keine MP im Game hat eine Chance gegen Sturmgewehr. Weder Close-Range, noch Long-Range. Deshalb, ihr seht aktuell sehr viele MGs, ihr seht sehr viele Sturmgewehr-Gameplays, wenig SMGs. Sollte es mit dem Upgrade sich geändert haben, wird das natürlich folgen. Mein nächstes Ziel, ich habe jetzt alle Sturmgewehre durch, was eine Nuke angeht. Ich habe alle LMGs durch, was eine Nuke angeht. Wenn die SMGs gebufft werden, wird es damit weitergehen. Und ich habe auch noch vor, euch Sniper-Gameplays zu zeigen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich snipe, müsst ihr unbedingt da bleiben. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Würde mich drüber freuen. Ich habe einen kleinen Kanal mit einer gewissen Reichweite und freue mich einfach immer drüber. Wir werfen jetzt erstmal unsere Vorräte und Snacken und machen was Schönes daraus. Es ist wirklich ein Spiel, was für viele Leute gemacht ist. Es ist eine Umgewöhnung mit dem Heilen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mich hat es in der Beta vielleicht zwei- oder dreimal erwischt, dass ich da nicht 100% sofort klar kam. Mittlerweile dieses Heilen, Schießen, Run'n'Gun hat sich sowas von eingefleischt. Also überhaupt gar keine Probleme. Dann kann sich auch jeder daran gewöhnen. Und ich möchte euch auch deswegen, das war wichtig für heute, einmal irgendwie so ein, zwei Gründe nennen, warum ihr Black Ops 4, wenn ihr es noch nicht habt, zaubern solltet. Einer der Gründe ist definitiv, das Spiel ist komplett. Man hat nicht über BB2 das Gefühl, dass hier noch was fehlt und da noch was fehlt und dass das noch nicht erledigt ist und dass da noch was geändert wird. Oder, oder. Die Server laufen von Anfang an perfekt. Man hat das Gefühl, anders als bei BB2, dass die Jungs von Freya, David Fondahaar und Steve, wie sie alle heißen, absolut auf dem Punkt, genau. Schöner Wallback, die wir genau gewusst haben, wie viel Zeit so brauchen, um den ganzen Fertig zu bekommen. Und ich glaube, wir sind mit einer Leidenschaft in dem Ganzen drin. Das hat man in dem Entwicklerstudio bisher noch nicht so gesehen. Jetzt, Leute, ich glaube, das ist die Szene, wo man sich wirklich kritisch fühlt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt hier war, wir müssen gleich mal gucken. Auf jeden Fall, es ist wirklich, die Jungs machen einen geilen Job. Ihr bekommt für 60 Euro oder, ich glaube, 50 Dollar oder was es kostet, einen fertigen Multiplayer, perfekt laufenden Server. Ihr bekommt einen großen Zombie-Modus. Zusätzlich erhaltet ihr Blackout und das alles für den selben Preis. Es ist wirklich mehr als lohnenswert, sich da irgendwie ranzusetzen und zu sagen, kaufe ich mir. Ihr habt 15 Maps, jetzt schon. Newtown kommt ja in ein, zwei Wochen. Es wird noch DLC-Maps dazugeben, die sind auf Ohnachgiebig. Die DLC-Maps werden auch nochmal ein bisschen was reinkommen. Es wird noch neue Spezialisten dazugeben. Also im Prinzip habt ihr, einige sagen immer, es ist ein BO2 Remastered. Finde ich überhaupt nicht. Viele Sachen von BO2 sind übernommen. Die Grafik ist super, aber das ganze Gameplay, die Meta, also die Art, wie man spielt, um erfolgreich zu sein, ist komplett anders als Blackout 2. Finde ich persönlich. Es ist einfach ein ideales Spiel. Es war genau das, was die Franchise gebraucht hat. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt das gerne rein. Die Kommentare in den YouTube-Videos unten sind die beste Möglichkeit, irgendwie auch mit mir über solche Themen zu sprechen. Genauso Instagram oder Twitter könnt ihr mir gerne folgen. Könnt ihr gerne mich auch privat anschreiben. Ist beides nicht gesperrt. Solange ich nicht nur auf unsere Folge sparen werde, habe ich nie ein Problem mit euch darüber zu sprechen. Es ist wirklich ein Game, was für fast jedermann gemacht ist. Es hat die Franchise, bin ich mir jetzt schon sicher, obwohl es erst eine Woche draußen ist, komplett gerettet. Hier Leute, hier wurde es plötzlich richtig eng. Ihr seht den Gegner spawnen, der ist da unten. Die haben ein bisschen den Vorteil, weil sie hinter dem LKW am Headlip sitzen können. Wir waren jetzt nicht so gut, dass sie es ausgelutzt haben, aber auch ein nicht so guter Spieler kann dir eine Granate an den Kopf werfen und du stirbst. Das sollte man immer bedenken. Ich habe mich kurz die Waffe gewechselt. Ich muss mich heilen, 36 Leben. Es macht keinen Sinn, wenn ihr da challenge, wenn ich 36 Leben habe. Leute, 36 Leben ist ein Schuss aus jeder Waffe. Es gibt, glaube ich, keine Waffe und ein Schuss, weniger Waffe. Brutalmedaille ist da. Jetzt kommt er plötzlich. Ich kille mich fast selber. 14 Leben nur noch. Jetzt kommt der Nächste. Wenn er einmal schießt, bin ich tot. Wenn ich mich treffe, bin ich tot. Ich bin kurz vor der Jugendleute. 180 Punkte. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hinter mir sind noch welche. Vor mir sind welche. Die A-Flagge wird gerade eingenommen. Wo er verteidigt. Nochmal zwei mehr Kriegsmaschine. Er geht an mir vorbei. Den vierten holen ich mir. Und da ist die Lutea-Medaille. Leute, es ist wirklich... Es macht einfach Spaß. Es ist geil. Ich habe Bock drauf. Das nächste Ziel von mir wird definitiv sein. Die Triple New. Sie wird demnächst fallen. Ich freue mich euch. Ich bin knallhart dabei. Ich werde versuchen, auf 150 plus zu gehen. Ich glaube, das ist das Maximum, was wir aktuell schaffen. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich würde mich darüber freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den ganzen Luten haltet. Ich bin raus. Haut rein. Ein neuer Tag. Ein...